Sie können in Project Ihre Projektdaten schnell nach den Inhalten einer bestimmten Spalte sortieren. Möchten Sie beispielsweise, dass die Vorgänge in der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie abgearbeitet werden, sortieren Sie die Vorgangstabelle Aufsteigen nach dem jeweiligen Anfangsdatum. Klicken Sie im Spaltenkopf der Spalte, nach der sortiert werden soll, auf das kleine schwarze Dreieck. Wählen Sie in der geöffneten Liste die gewünschte Sortierreihenfolge. Im Beispiel wählen Sie den Eintrag vom frühesten zum spätesten sortieren. Wie Sie sehen, wird die durch die vorhandenen Sammelvorgänge vorgegebene Gliederungsstruktur durch den Sortiervorgang nicht verändert. In der hier geöffneten Vorgangstabelle führt dies beispielsweise dazu, dass der Vorgang 9, der am 10. Januar beginnt, vor dem Vorgang 11 angezeigt wird, der bereits einen Tag früher beginnt. Wenn Sie möchten, dass nach dem Sortieren sämtliche Teilvorgänge in der korrekten Reihenfolge angezeigt werden, blenden Sie einfach die Sammelvorgänge aus, bevor Sie die Vorgangstabelle sortieren. Zunächst stellen Sie hierzu die ursprüngliche Reihenfolge der Vorgänge wieder her. Klicken Sie im Register Ansicht in der Gruppe Daten auf Sortieren und wählen Sie in der geöffneten Liste den Eintrag Nach-ID. Blenden Sie nun die Sammelvorgänge aus, indem Sie im Register Format in der Gruppe Einblenden-Ausblenden das entsprechende Kontrollfeld deaktivieren. Wenn Sie die Vorgangstabelle jetzt erneut sortieren, werden alle Teilvorgänge in der richtigen Reihenfolge angezeigt.